Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 787 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Für die Zubereitung meines Mittagessens bin ich noch auf der Suche nach dem richtigen Rezept. Für die Zubereitung meines Mittagessens bin ich noch auf der Suche nach dem richtigen Rezept. Ich nehme mein Fahrrad mit in den Zug. So komme ich schnell an meinen Arbeitsplatz. Ich nehme mein Fahrrad mit in den Zug. So komme ich schnell an meinen Arbeitsplatz. Ich nehme mein Fahrrad mit in den Zug. So komme ich schnell an meinen Arbeitsplatz. Es gibt viele Orte in der Nähe der Uni, wo ich in Ruhe draußen arbeiten kann. Wir stehen dicht voreinander und unterhalten uns leise. An dieser Stelle können wir noch kleine Änderungen vornehmen. Sei vorsichtig! Hier können Züge aus beiden Richtungen kommen. Sei vorsichtig! Hier können Züge aus beiden Richtungen kommen. Wir haben es geschafft! Das ist der letzte Umzugskarton. Wir haben es geschafft! Das ist der letzte Umzugskarton. Mit meinem Mountainbike geht es steil bergauf. Normalerweise trinke ich keinen Alkohol, aber dieses Glas sieht sehr verlockend aus. Normalerweise trinke ich keinen Alkohol, aber dieses Glas sieht sehr verlockend aus. Ich kenne Robert seit zwei Jahren. Wir heiraten im Sommer. Ich kenne Robert seit zwei Jahren. Wir heiraten im Sommer. Ich kenne Robert seit zwei Jahren. Wir heiraten im Sommer. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wenn ich zu lange im Büro sitze, dann habe ich oft Schmerzen im Nacken. Wenn ich zu lange im Büro sitze, dann habe ich oft Schmerzen im Nacken. Wir müssen über die Ergebnisse der letzten vier Wochen sprechen. Es hat sich kaum etwas geändert. Wir müssen über die Ergebnisse der letzten vier Wochen sprechen. Es hat sich kaum etwas geändert. Der Karton ist voll. Du kannst ihn jetzt verschließen. Ich trage diese Schuhe meistens, wenn ich einen Marathon laufe. Ich trage diese Schuhe meistens, wenn ich einen Marathon laufe. Ich trage diese Schuhe meistens, wenn ich einen Marathon laufe. Ich lege großen Wert auf das gute Aussehen meiner Nägel und verwende dafür nur die besten Materialien. Ich lege großen Wert auf das gute Aussehen meiner Nägel und verwende dafür nur die besten Materialien. Wir haben uns in unserem letzten Urlaub in Griechenland eine Klangschale aus Kupfer gekauft. Wir haben uns in unserem letzten Urlaub in Griechenland eine Klangschale aus Kupfer gekauft. Wenn wir beide die gleiche Kleidung tragen, wird uns niemand auseinanderhalten können. Wenn wir beide die gleiche Kleidung tragen, wird uns niemand auseinanderhalten können. Monika rollt auf einem Skateboard die abschüssige Straße hinunter. Ich will damit nichts zu tun haben. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich will damit nichts zu tun haben. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Mein Blog hat jeden Tag mehr Aufrufe. Immer mehr Menschen interessieren sich für das, was ich schreibe. Wir kümmern uns um alternative Ansätze in der Landwirtschaft und führen groß angelegte Experimente durch. Wir kümmern uns um alternative Ansätze in der Landwirtschaft und führen groß angelegte Experimente durch. Ich habe diese Taschenuhr von meinem Großvater geerbt. Er trug sie nur sonntags. Hier endet die Fußgängerzone. Die Tempo-30-Zone beginnt. Hier endet die Fußgängerzone. Die Tempo-30-Zone beginnt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Der Punkt. Untertitelung des ZDF, 2020